Moin meine liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zu diesem Debattenvideo. Ich möchte einfach mal meine Meinung kundtun und wer mich kennt, der weiß, dass ich viel mit Fußball zu tun habe. Ich bin sehr emotional, was das betrifft und ich möchte auf jeden Fall einfach mal meine Meinung ins Weite www heraustragen und gucken, wie ihr darauf reagiert. Das gestrige Ereignis ist mir auf jeden Fall richtig schlecht schlafen, Freunde. Es geht hierbei um Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann und die mich auf jeden Fall sehr treffen. Ich möchte das Ausscheiden nicht an einzelnen Festen machen. Sondern an einer Mannschaft. Hierbei gibt es aber keinerlei Hetzen gegen einzelne Spieler. Das möchte ich hier unterstreichen. In diesem Video werde ich nicht auf Erdogan-Debatten eingehen oder einzelne Spieler versuchen komplett schlecht zu reden. Denn damit kann man es sich einfach zu leicht machen und jedem einzelnen Spieler auch ein bisschen Unrecht tun. Fußball ist ein Mannschaftssport. Ich werde zwar Namen nennen, aber sie nicht in Shitstorm ausliefern lassen. Oder andere böse Dinge. Ich möchte lediglich meine Gedankengänge freigeben und meine Meinung, wie gesagt, sachlich fair vortragen. Damit soll es jetzt auch losgehen. Jeder versucht sich nach der WM als Bundestrainer. Wieso hat man sich nicht umgestellt? Wieso spielt der und ein anderer nicht? Das tue ich auch. Und das gestehe ich auch auf jeden Fall ein. Dass jeder mal so ein bisschen seine Gedanken spielen lässt. Wie würdest du das machen in der Situation? Oder, oder, oder. Welches Potenzial steckt wirklich im Kader? Wo hat man geschlammt? Das fragt man sich natürlich nach so einer WM, die eigentlich, naja, eigentlich ein großes Kopfschütteln verursacht. Ich habe mir die Pressekonferenz nach dem Deutschlandspiel angeschaut. Und ich muss Mario Basler in einem Punkt recht geben. Viele Leute sammeln mit dem heißen Drei herum. Viele Leute sagen aber nicht einfach mal das, was ich euch gleich sagen werde. Wieso wird von Herrn Löw nicht klar und deutlich gesagt, wir haben Scheiße gespielt? Nein, der Gegner war besser. Sag doch einfach, ey, wir waren scheiße. Ganz einfach. Damit kann man sich identifizieren. Aber so gibt man den Spielern, weil man es ja doch schön redet, auch doch ein Alibi. Na wieso, der Trainer hat ja das Gute gesehen. Der Wille wäre da gewesen. Das hätte man ja gesehen, dass sie wollten. Für mich, ich weiß nicht, ob ich mit der Meinung alleine da stehe. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Für mich waren die drei Spiele 270 Minuten Ball hin und her geschiebe. War man vorne, hat man immer dasselbe getan. Den Ball rechts auf Kimmich. Kimmich steht alleine gegen drei. Was soll der machen? Irgendwann Ball reinspielen oder vielleicht mal hier zurückspielen. Aber das war es. Es wurde auch nicht geschossen. Tor-Geilheit war einfach nicht da. Und gerade so Spieler wie Kedira, Özil oder auch ein Toni Kroos. Da habe ich einfach erwartet, dass die mehr Verantwortung nehmen. Und so ein Spieler dann auch nochmal, Kedraxler, Brandt, Goretzka und so, dass sie die an die Hand nehmen und sich das Turnier leiten. Aber ich war von allen auch so ein bisschen enttäuscht. Und ich finde, Löw ist auch nicht variabel im System. Das System, das er spielt, das 4-5-1. Wie er es praktizieren lässt, ist veraltet. Aber mal so ein wirkliches Umstellen von diesem System habe ich auch gar nicht gesehen. Oder selten, sagen wir es mal so. Ja, wir hatten hohen Ballbesitz. Wir haben auch die Passquote des Todes gehabt. Deutschland fehlt der Überraschungsmoment im Offensivspiel. Das ist es nun einfach. Diese Wow-Effekte. Geiler Pass. Geiler Schuss. Geile Kombination. Nix. Kreativität Fehlanzeige. Im Offensivspiel ist keine Struktur erkennbar gewesen. Gegen Südkorea hat man sich gedacht, das läuft von alleine. Dass kleine Nationen aber auch aufgeholt haben, sollte bis Löw durchgedrungen sein. Das 0-1 gegen Mexiko hätte der Weckruf sein müssen. Hey, so und nicht weiter. Gegen Schweden ist man mit einem dunkelblauen Auge davon gekommen. Und gegen Südkorea war die Kür einer unerklärlichen schwachen deutschen Mannschaft. Ein Beispiel für mich sind die Bayern-Spieler. Die Bayern-Profis sind nicht im Saft. Und sie wirken satt. Es fehlt ihnen so ein bisschen der Druck im Liga-Alltag. Müller, Rudi, Neuer, Kimmich, Hummels, Süle, Boateng. Spielten doch seit Wochen in der Liga weder auf 100% noch unter Druck. Na gut, Neuer hat gar nicht gespielt. Davon mal ab. Aber ich habe das Gefühl, dass sich da kein anderer Konkurrent aufdringen kann. Denn niemand möchte oder kann den FC Bayern München Paroli bieten. Denn der Druck fehlt einfach in der Liga. Das ist nur eines der Dilemma der deutschen Nationalmannschaft. Hinzu kommen Spieler, die einfach nicht fit wirken, die nicht motiviert sind oder irgendwo auch ein bisschen, ein Stück weit lustlos kicken. Dafür kennen aber die Bayern-Spieler nichts. Die gewinnen ihre Spiele halt, was die anderen 17 Vereine in der Bundesliga nicht tun. Beispiel Borussia Dortmund. Seit Jahren ist man der Konkurrent vom FC Bayern. Aber wie kann es sein, dass man nur einen Spieler für Deutschland abstellt? Schalke wurde Vizemeister und stellt auch nur einen Spieler ab. Leverkusen genauso. Leipzig. Das sind alles Vereine, die jetzt international vertreten waren. Da frage ich mich, was ist denn da los? Woran liegt das? Für mich gibt es dafür aber auch ein Beispiel, was recht plausibel ist. Aber da kommen wir gleich noch genauer drauf zu. Viele behaupten, Löw hätte seine Lieblinge und diese hätten Freitfahrscheine. Ja okay, im Grunde macht das ja jeder Trainer gleich. Er vertraut seinen Spielern, stärkt sie und schenkt ihnen auch gewissermaßen nach schlechten Spielen das Vertrauen. Man kann aber auch sehr schnell Fehler machen. Wenn ein Spieler nicht fit ist oder lange ausgefallen ist, braucht dieser natürlich Spielpraxis, seinen Rhythmus und er muss natürlich auch Angst vor einer erneuten Verletzung verlieren. Ein Trainer muss erkennen, ob ein Spieler diese Kriterien erfüllt. Und da hat Löw, also versagt nicht, aber keine gute Arbeit geleistet, sagen wir es mal so. Denn, ein Beispiel Manuel Neuer. Ein fitter Manuel Neuer macht solche Fehler wie Gikorea nicht, wo er einen sicheren Ball nach vorne prallen lässt. Das macht man als Torwart nur dann, wenn man nicht voll da ist. Diese Physis eines Spielers ist wichtig. Und wenn diese Physis nicht stimmt, kann man das volle Potenzial auch nicht ausschöpfen. Genau das haben in meinen Augen die Spieler nicht geschafft. Die Leichtigkeit hat einfach gänzlich gefehlt. Das muss Löw im Trainingslager aber erkennen vorher und handeln. Und gewisse Spieler, die die Physis nicht haben, aussortieren oder anderen die Möglichkeit geben. Das frühe Ausscheiden bei der WM zeichnet sich bereits nach der WM 2014 für mich an. Man hat viel Klasse und Team-Spirit verloren mit Herr Mertesacker, Philipp Lahm, Miro Klose oder nach der EM mit Schweini und Poldi. Die letzten Spiele einer großen Ära seit 2006 sind gegangen. Aber was kam danach? Man hat es verpasst, nach der WM einen Neuaufbau der Nationalmannschaft zu vollziehen. Eine junge, dynamische Mannschaft aufzubauen und sich einspielen zu lassen. Es debütierten zwar die ein oder anderen Spieler, wie zum Beispiel ein Lars Stindl, finde ich gut. Aber es gab auch Leute wie Gündogan ihr Comeback. Aber wirklich viel verändert hat sich nicht. Eigentlich haben wir in Deutschland viele talentierte Spieler. Aber was bringt es einem, wenn man sie nicht einsetzt? Stattdessen setzt man auf Spieler, welche sattwirken. Wie hoch ist die Motivation, noch einmal den Titel zu erkämpfen, wenn man auf nationaler und internationaler Ebene fast alles erreicht hat? Leroy Sané, Freunde ohne Witz, ist eine Maschine. 25 Scorer-Punkte in der Premier League sind für Löw nicht ausreichend? Was ist da denn los? Für mich war das ein klassischer Fehler. Man hätte Leroy Sané ganz klar einbauen müssen. Spätestens nach der EM 2016. Zunächst aber nur einer von einigen Namen, die man nennen könnte, wo ich aber jetzt auch nicht weiter eingehen möchte, sonst würde es den Rahmen springen. Kommen wir zum nächsten Beispiel, woran das ausscheinend vielleicht liegen könnte. Welche Alternativen hätte man gehabt? Freunde, versteht mich bitte nicht falsch. Ich bin kein Rassist. Es geht rein um den Aspekt, deutsche Fußball-Nationalmannschaft stärker zu machen. Und um der Nationalmannschaft noch mehr Alternativen bieten zu können. Natürlich feiere ich Spieler wie Alaba, Robbery, Lewandowski und wie sie alle heißen. Aber lasst uns doch mal einen Blick auf die Bundesliga werfen, wo in meinen Augen der Schuh durkt. In der Bundesliga gibt es viele interessante Spieler. Wir lieben diese exotischen, extravaganten, genialen, verrückten, durchgeknallten Spieler. Wer erinnert sich nicht gerne an Paradiesbügel wie Kugelblitz Ailton oder J.J. Ococha? Da bekomme ich Gänsehaut, wenn ich an Ococha denke, die ja im Strafraum Kahn ausspielt und dann das Tor schießt. Das war Hammer. Genau diese Spielertypen haben die Bundesliga geprägt. Und auch da könnte ich noch einige weitere nennen. Leider gibt es aber auch sehr viele Gegenbeispiele. Genau darauf möchte ich eingehen. Der Bundesligist muss liefern. Und viele Sponsoren und Gönner machen dem Verein natürlich Druck. Leider gerät der eigene Nachwuchs darunter in Mitleidenschaft. Viele Nachwuchskicker, die eigentlich vielversprechende Talente sind, gehen einfach unter, weil die Trainer, Manager, Funktionäre oder wer auch immer lieber auf fertige Spieler setzt und teure Millionen ausgibt. Es werden Durchschnittspieler geholt aus dem Ausland. Das muss einfach nicht sein. Der Verein blockt seinen eigenen Nachwuchs, bietet dadurch keinen Nachwuchskicker der Nationalmannschaft an. Man sieht das Problem zum Beispiel beim HSV sehr gut. Ich habe das mal gegoogelt. Seit der Saison 2014-15 hat der HSV geschätzte 135 Millionen Euro nur an Ablösen gezahlt. Gehälter und Prämien habe ich jetzt mal nicht mit eingerechnet. Da wirst du wahrscheinlich bei 200 Millionen sein. Aber sie haben nur 46 Millionen eingenommen. Geschätzt natürlich. Aber sie haben dann immer um den Abstieg mitgespielt. Das Herz hat der Mannschaft irgendwo gefehlt. Und ich finde, erst unter Christian Titz wurde festgestellt, dass Nachwuchsspieler auch was leisten können. Und es wurden auf jeden Fall Spieler aus der U19, U21 hochgezogen. Ab oder Steinmann als Beispiel. Tito oder wie sie alle heißen. Die sind jetzt gekommen. Ich habe jetzt nicht die gesamte Transferliste vom HSV auf. Kann ich euch nicht sagen, wer jetzt noch alles hochkommt. Aber ich weiß nur, es wurden glaube ich noch 150.000 Euro ausgegeben. Aber die haben an Einnahmen auf jeden Fall richtig viel drin. Ich meine, glaube ich gelesen zu haben, 20 Millionen fast eingenommen oder so. Ich weiß nicht genau. Aber, dass nicht aus jedem Jugendspieler ein Superspieler werden kann, ist ja auch natürlich klar. Gleiches gilt auch in meinen Augen für Wolfsburg. Die seit der Meisterschaft unendlich viele Millionen verbraten haben, um ebenfalls die letzte Saison um den Abstieg zu kämpfen. Bei den Geldern, puh. Also Geld schießt nicht immer Tore. Das bedarf natürlich auch an Herz und Leidenschaft, Jutta Maggert. Obwohl, eigentlich, bei Maggert das Ding war, er hatte damals gefühlt jede Woche drei neue Spiele gekauft. Wo wir auch schon wieder zu Dortmund kommen. Also, ich finde, Diallo 28 Millionen. Die Summe ist astronomisch für den Jungen. Und ich finde, der kann an dieser Summe nur zerbrechen. Und die Erwartungen werden enorm hoch sein. Ob er das leisten kann, weiß nicht. Ich finde, der BVB ist die Nummer 2 in Deutschland. Eigentlich so gesehen, so über die letzten Jahre gesehen. Ich bin kein Dortmund-Fan oder so. Ich möchte keinem Schalker zu nahe treten. Aber die Jugendarbeit fand ich von Dortmund eigentlich immer, ich verfolge gerne Jugendarbeiten, fand ich immer recht ansprechend irgendwo. Und es hat mich mal gewundert. Ich meine, auch so ein Jamalenko. 25 Millionen für, wie viel hat er gespielt? 18 Mal, drei Tore für den Vorlagen. Naja, gut. Kann man mal machen. Kann man aber auch billiger haben. Aber dennoch freue ich mich auf Spieler wie Arp, Anton, Henrichs oder auch vielleicht andere, die irgendwann vielleicht mal für die Nationalmannschaft spielen werden. Und ich bin gespannt, ob sie was leisten werden. Das funktioniert aber in meinen Augen da noch nur, wenn Löw bereit ist, seinen Weg zu ändern. Und in dem Sinne auch mal nach Leistungen, Gesundheitsstand und nicht nach Sympathie zu nominieren oder aufzustellen. Das muss man wichtig so wirklich sagen, weil das bringt nichts. Man muss vielleicht auch mal den Schnitt machen und jetzt den einen oder anderen Nationalspieler vielleicht gehen lassen. Oder vielleicht streichen und sagen, pass auf, EM war nicht so berauschend, WM war nicht so berauschend. Wir machen einen Schnitt, aber ohne dich. Wir haben jetzt zwei Jahre Zeit, den Kader zu optimieren. Zwei Jahre, um eine junge, interessante Truppe aufzustellen. Also das ist meine Meinung. Ich sage nicht, dass es so sein muss oder so. Aber wenn Deutschland jetzt für die EM sich nicht qualifiziert, aber eine geile junge Truppe hat, dann können die sich bei der WM in vier Jahren schon stabil zeigen. Nicht so abgenutzt, nicht so kaputt gespielt oder sonst irgendwas. Und da muss man mal sagen, entweder die machen den Schnitt jetzt, jetzt muss es kommen, ob mit oder ohne Löw und Trainerstab, das bleibt abzuwarten. Ich habe eben schon gelesen, noch gibt es keine Entscheidung. Er ist seit 2004, glaube ich, oder 2005 ist er mit dabei. Und ich sage für mich so, danke Jogi Löw, aber es reicht. Vielleicht mal frische Kräfte ranlassen, so was wie Hannes Wolf von der Art und Weise. Nicht, dass ich sage, dass er Nationaltrainer werden soll oder so. Aber so von der Art, vielleicht eine neue Spielephilosophie, eine neue Art und Weise einzubauen. Oder ihn vielleicht auch als Co-Trainer dazuholen. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber einfach mal einen neuen Schnitt machen. Ich meine, es tut Not. Leute, es tut wirklich, wirklich Not. Denn so was wie jetzt, ich muss sagen, auf den Straßen hier, wo sieht man denn mal jemanden mit einem Deutschlandtrikot rumlaufen. Und jetzt sowieso nicht. Oder mit einer Deutschlandfahne, am Auto, am Spiegel oder so. So gut wie gar nicht. Irgendwie ist für mich aber auch die WM so ein bisschen an einem vorbeigefahren. Es gibt zwar deutsche Spiele, aber irgendwie ist kein Feeling da. So fühle ich mich irgendwo ein bisschen. Gut, das Video ist auf jeden Fall jetzt lang genug. Ich habe lange viel erzählt und ich bin gespannt, was ihr da draußen die Kommentare schreibt. Eure Meinung ist. Bedenkt aber, bleibt sachlich fair, anständig untereinander. Beleidigt euch bitte nicht. Ich habe keine Lust, hier Streitereien zu eröffnen. Es geht einfach nur darum, sachlich fair über Fußball zu diskutieren. Vielleicht seid ihr auch gar nicht meiner Meinung. Vielleicht sagt ihr, oh Gott, Punkt 1, 2, 3, 4, 5. Dann können wir auch gerne schriftlich noch weiter diskutieren. Da habe ich kein Problem mit. Ich bedanke mich immer auf jeden Fall, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Und ich bedanke mich dafür, dass ihr auch was da gelassen habt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und lasst den Ball rollen. Ciao, ciao.